So, ich hab die Startfreigabe, meine Damen und Herren, Tür zu und dann geht's los, ne? Ready for Takeoff! Ready for Teddy, Ladies and Gentlemen, welcome, good evening, hallo Freunde, der Sonne, ja. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Alles klar, los geht's! Boah, hab ich nie erschrocken hier, der Mann, da ist mein Mann! Oh, guck mal, die machen ein Video, muss ich jetzt professionell wirken oder nicht? Ihr könnt's doch jetzt auch musiklich, ne? Ich kann ja einfach irgendeinen Quatsch machen, oder? Okay, ich dachte schon, irgendwie ganz locker bei uns, ne? Sind das sie? Lassen wir hier gerne... Ach, jetzt seh ich sie gerade erst! Moment, stopp, stopp, stopp! Du bist doch ein Klickhascher, wenn du... Klickhascher, aber der ist bei YouTube, der nennt sich Flock. Ich glaub, du bist die Schwester, ne? Richtig? Du bist nicht die Schwester, du bist die Freundin! Ihr seid zusammen, ihr beiden! Ihr seid nicht zusammen! Ihr, was denn jetzt? Oh, schade! Doch, das ist der Mr. und die Mrs. So, kommen wir gleich drauf zu sprechen, meine Damen und Herren, wir erklären gleich wieso. Wir machen erstmal den ganzen Fabel, auf den man so macht, ja. Die kommen aus ganz weit her, die kommen aus ganz, ganz weit her, die kenn ich nämlich, die beiden? Moment, so, Moment! Sieht ganz gut aus, so gar nicht, wir machen was anderes. Das sieht noch nicht so aus, wie ich mir das gerne vorstelle, wir machen es aber ein bisschen anders, meine Damen und Herren. Wir führen das Teil nochmal in die andere Richtung. Wahnsinn, oder? Wir fahren gleich zwei Minuten. Jetzt hab ich wieder da zwischengelabert mit der Moderator, der geht irgendwie heute gar nicht. Oh, schade! Ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal ganz locker an. Wenn Sie Bock haben, fangen wir jetzt so ganz gemütlich an, steigern uns dann so locker vom Hocker da rein, oder? Ich meine, so ganz gechillt. Ja, so eine lockere Runde, das Getriebe warm fahren, ne? Das ist ein Büro, da fahren wir Ihnen jetzt so richtig weg. Können Sie locker vom Hocker? Ja, das ist ja nur langsam. Tja, wir hatten mal geschlecht, gar nicht so schlecht, aber wir müssen gerade mal was gucken, wenn wir gedacht. Hey, wo geht's? Wir halten euch mal Kopf über, wir halten euch mal Kopf über, dann nimmt der Kleingeld und er fällt. Ja! So, da war meine Stimme, da war meine Stimme. War das die Richtung oder die andere Richtung? Ich bin total verwirrt. Sekunden. Wenn du mich nicht, ich werde die einzige Melodie. Und wenn wir zu hoch, voll mein Bussi. Okidoki. Und noch eine K. Und noch eine richtige Tempo. Let's go! Aber sehr. Hey, hey, hey. Ich bin heute hier zum Ende. Ach so, ist ja Ende eigentlich. Rein theoretisch wird das jetzt auch. Oh Scheiße. Aber wir haben natürlich mit dem Stromanbieter gesprochen, wir können noch ein bisschen schneller, oder? Wollen Sie noch eine? Ja! Kassi! War zu leise, wollt ihr noch eine? Ja! Noch nicht schlecht, wollt ihr noch eine? Ja! Können wir Ihnen mal ganz kurz eben was erklären, einen Moment. Ja, ich bin W! Ja, ist gut, ich will doch mal kurz was erklären. Also folgendes, in den Zeiten, in denen wir uns befinden, meine Damen und Herren, kann ich ein bisschen mehr Fröhlichkeit erwarten. Wollt ihr noch mehr? Ja! Du hättest noch so ein bisschen gut gelaunt, Moment, ich warte. Ich gebe Ihnen mal so ein paar Sekunden, Sie können kurz überlegen, ob Sie gut gelaunt, schreien Ja oder Nein. Okay, nein. War immer noch ein bisschen zu reisen, ein bisschen mehr Emotionen. Also, wollt ihr noch mehr? Ja! Ja, das klang noch nicht so emotional, ich weiß es nicht. Momentan ist ja auch ein neues Karussell, der Moderator hat sowieso einen in der Waffe, von daher weiß ich jetzt gar nicht so. Außerdem müssen wir ja noch ein kleines Showprogramm starten, wir haben ja zwei, also die jetzt ganz weit hier bekommen, sie nur um das Karussell zu filmen. Dann muss der Moderator noch eine Spezialsituation einbauen. Also, ihr wollt alle mehr, ja? Ja! Ihr seid euch sicher? Ja! Ganz sicher? Ja! Ihr seid auch nicht angepisst. Nein! Nein! Also, ihr rollt mehr? Ja! Na, guck! Mit rausfahren? Ja! Ja! Okay. Juhu! Okay, okay! Meine Damen und Herren, wir machen das mit einem drüber und dran, natürlich. So, Moki, Moki, Achtung, meine Damen und Herren, wir warten jetzt noch ein bisschen mehr Mome. Wir machen uns noch ein bisschen doll. Sekunde, ich habe eine Idee. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an jetzt. Falsches Karussell. Falsches Karussell, tut mir leid, aber Sie wissen ja schon. Achtung! Wir machen mal ein bisschen lieber. Also, nun wäre der Arm schon abgefallen bei der Kamera, aber gut, die sind echt fleißig. Die haben die Klicks nicht von Ihnen weggelegt. Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt noch ein bisschen durch. Achtung. Versprochen ist, versprochen. Achtung. Alles klar, meine Damen und Herren. Achtung, Achtung! Juhu! Hey, hey! Mit richtig gutem Tempo, baby! Achtung! Und los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Juhu! Der normaldenkende Mensch würde jetzt sagen, so, das war's mit dem Spaß, ne? Ende, Gelände. Oh, schade! Da wir aber ein nettes Garantell sind, kommt hier die allerletzte Frage. Wollt ihr noch mehr? Ja! Wollt ihr noch schneller? Ja! Wollt ihr wirklich mit rausfallen? Ja! Seid ihr euch sicher? Ja! Hat euer Leben noch einen Sinn? Ja! Das ist doch schön! Ah! Schön! Ja, und wir machen noch ein bisschen Donner, ne? Jo, kostet ja nichts. Nur eine Million Euro ungefähr. Alles klar, meine Damen und Herren. Wir sind doch alle ein bisschen Donner. Ready for Teddy! Finale Da muss man den Chef immer wieder veranführen, weil das Liga gekostet Einer geht noch, der letzte Einer geht noch Einer geht noch Einer geht noch So, Dankeschön, das war schön, das hat Spaß gemacht Niemand ist überdienen aus dem Moderator Mir will schon von zusehen schlecht Ja Ehrlich Okay, wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen Wow, zieh dir das mal ein, Alter, geil Ihr habt's geschafft Bis zum nächsten Mal, ihr Helden So, ihr habt's geschafft, meine Lieben, wir sagen Dankeschön Ja